Ich sag, wie es ist, in dieser Show haben wir wirklich schon alles hier erlebt, in dieser kleinen Quizshow hier von mir. Ja, Feuerwerke, Musik, Weltrekorde, Stargäste. Aber um eine echte, große Show zu sein, fehlt noch eine Zutat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es fehlt ein Bagger. Wir haben nicht einen Bagger, wir haben viele Bagger. Das ist Kategorie 5, Moves Like Bagger. Das ist Kategorie 5, Moves Like Bagger. Was soll ich sagen? Unsere Band kann mit alle Musik machen. Gitarre, Keyboard, Saxophon, aber halt auch zufälligerweise mit Baggern. Und ich liebe es, mit welcher Souveränität Sie hier reingefahren kommen, als hätten Sie noch nie etwas anderes gemacht. Sie werden jetzt mit Ihren Baggern und den Flaschen, die davor stehen, Songs performen. Ihr buzzert, wenn ihr einen Song erkannt habt. Ist die Antwort richtig, gibt es logischerweise einen Punkt. Ist sie falsch, seid ihr raus für die Runde. Und die anderen dürfen aber nachziehen. Okay? Ich sage, top, die Wette gilt. Ist das Big Big World oder wie das heißt von Emilia? Klaas! Irre, oder? Also ich bin beides irre. A, dass du das erkannt hast. B, wie ich es performt habe. Mega gut. Wir hören mal rein. Wir hören mal rein. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. Big Big World, Emilia, ein Punkt für Klaas. Richtig erkannt? So funktioniert das Spiel. Okay, okay, okay. Und wir haben natürlich noch einen weiteren Song. In the jungle, the mighty jungle, the lion's dream. Sleeps tonight, are we, I'm on the way, are we, I'm on the way. Sehr schön erkannt, sehr schön gespielt von der Band und von Gap und von Buket. Einen Punkt für Sarah. The lion's sleep tonight, the tokens. Und weil es so schön ist und weil es so viel Spaß macht, ein weiterer Song. Und weil es so viel Spaß macht, ein weiterer Song ist und weil es so viel Spaß macht, ein weiterer Song ist und weil es so viel Spaß macht. Ein weiterer Song ist und weil es so viel Spaß macht. Awe Maria. Klaas, wir hören nicht rein, denn das ist falsch. We'll be righten. Far across the ocean, da, 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 da. Ah, 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 ah. My heart will go on. Ja, my heart will go on. Ja, da müssen wir mal reinhören, glaube ich. Ja! Near, far, wherever you are I believe that the heart does My heart will go on and on Sarah, Celine Dion, my heart will go on. Dein Punkt. Wir haben noch einen Song, wir hören rein. Wir haben noch einen Song, wir hören rein. Ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich dachte nicht, dass ich es in meinem Leben noch mal jemals wieder singen würde, aber es ist Einigkeit und Recht und Freiheit. Nein? Scheiße, hab ich es ganz umsonst noch mal gesungen. Ist es nicht. Da hören wir nicht rein. Kein Punkt. Hören wir weiter rein. Gib mir, gib mir uh man. Midnight aber … Gib mir, gib mir, uh man, midnight aba … Gib mir, gib mir, uh man, midnight aba … so nah dran das muss ich sagen wie das lied heißt ich bin ja kein souffleur weiß ich genau wie das lied heißt jetzt komm jetzt mach es auf für mich bitte lena wir wollen wir mal reinhauen dass mama mia Aber? Bitte. Yes, I've been brokenhearted Lose since the day we're parted Why, why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know My, my, I could never let you go Band richtig, Klaas. Song falsch. Aber warte mal, ist das Aber? Aber ist richtig. Ich wusste, es ist diese Scheiß-Band Aber. Aber ich wusste nicht, wie das heißt. Scheiß-Band Aber. Hast du gerade gesagt, diese Scheiß-Band Aber? Entschuldigung, ich war emotional. Ja, okay. Es ist nur sehr laut hier wegen der Bagger. Ja, Scheiß-Band. Ein Punkt für Lena, das war goldrichtig. Und ich sage an dieser Stelle Danke an die Bagger-Winterscheid und Danke an Buket und Gap nochmal explizit. Das war Moves Like Bagger. So, jetzt ist das hier vorbei, aber ihr sagt so, Boah, da will ich jetzt eine ganze Folge von sehen. Kein Problem. Da oben bei Join. Musik Musik hopefully